da ist ja nichts wie furcht einflößend der recycler kommt dann auch irgendwo hier neben kann ich hier unten bauen hier drunter wird da einfach von diesem teil mal gespeist so zack und zack und lade dich und acht stück würde ich jetzt am anfang einfach mal machen da sind die teile rein damit so der recycler der hopper kommt auf jeden fall einfach hier hin schön den recycler baue ich einfach hier drunter so zack 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 ja der bekommt sogar strom wie schön wie habe ich das eigentlich hier angebaut doch vollkommen die power den also die gehen also die gehen hier wenn die hier rüber gehen würden da eingehen und der macht gar nichts super da kommt gar nichts sobald ich den weg nehmen naja ist gerade ein bisschen unnötig hey die haben sticky resin zack 200 milliliter und 10.000 eu gut das ding kann ich auch wieder anmachen das dauert nämlich richtig bis da was drin ist sozusagen silver lead da hatte ich noch einen diamanten das kommt einmal in den extractor oh hier ist nichts mehr drin schade so was sagt denn der macarator acht das ist fett schön sehr schön so wenn ich jetzt zu viel gemacht habe bin ich selber schuld aber zack 18 geht so jetzt brauche ich glas da und silver dust wieso brauche ich salpeter jetzt nein ich brauche da oben silver und zwar ähm neun super wenn man nur sechs hat im moment hm ok einmal nach unten latschen und silver holen silver ingot das sind aber wieder von einer anderen mod welche also kann man nicht übereinander legen was super schön ist so shiny ingot man kann auch alles ohne maschinen machen das finde ich irgendwie cool äh ja glas brauche ich ein bisschen da welches glas brauche ich denn äh wo kabel hallo kabel 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 glas wahrscheinlich ist das normale oh erstmal wieso habe ich jetzt nur ein boah Sich mhm creche muah mhm 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 Zumindest funktioniert das schon mal. So. Zack. 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 Das funktioniert schon mal nicht. Gut. Das Glas funktioniert. Oh mein Gott. Das ist richtig, richtig teuer. Clear Glass. Ähm. Habe ich hier noch irgendwo mein Dai rumfliegen? Ja, da. Xion Dai. Ich habe es ja oben noch nicht fertig, oder? Hallo. Flieg. Nein, verbraucht er noch etwa? Eins. Drei. Oh, machen wir mal so. Ups. 30. Auf Clear Glass. Ich habe 21. Kick, idiot. Na? Hopp. Hoch mit dir. Und dann fertig machen. Ups. Oh, wie schön, dass man die zerschlagen kann. So. Irgendwo muss ich noch Sand haben. Mal gucken. Marble, Kranz, Sandstone. Sand. Schön. Ab in den Fierens. Zack. Und einmal kurz schlafen gehen, denn die Maschinen brauchen Strom. Es ist so, ja, schlafen, Strom suchen, schlafen, Strom suchen, bauen, um Strom zu bekommen. So. Ja, das eine her und tu das mal da rein. Warte mal. Okay, also ich habe 70% schneller, aber 160% mehr Strom. Gut. Ja. Man muss halt Prioritäten setzen, ne? Okay, das Glas reicht noch nicht. Ah, Dummheit. Zack. 15. Wer ruft mich da schon wieder? Oder schreibt mir da was? SMS. Okay. Mhm. Äh, ja. Gut. Fast fertig. Komm schon. Ein, vier. Tisch. Perfekt. Glas. 25. Ich muss erst mal das machen, was ich habe. Warte mal. Die haben wir noch. Ja, wir haben drei Diamanten. Gut. Sehr gut. Dass wir da noch drei Diamanten drin haben. Ah. Uhu. Hallo. Nervt mich nicht. Gut. So. Nochmal von vorne. Erstmal. Eins. Zwei. Dann das. Und dann. Uhu. Wir haben fünf Stück. Boah, ist das nicht viel. Wir brauchen 30. Das kann ja spaßig werden. Naja. Haben wir den zumindest hier jetzt. Das ist noch immer nicht voll geladen. Das Ding hat sich auch nicht regeneriert. Und das läuft ohne Ende. Jo. Es geht hier alles und gleichzeitig nichts. Habe ich das Gefühl. Ich such mal dieses Mietschleid. Oder wie das heißt. Ich kann es nicht aussprechen. Mieke. Schlied. Tee. Mieke Schlitte. Okay. Das war's. Mehr haben wir nicht. Habe ich glaube ich schon mal verbraucht. Um so ein Stack Eisen herzustellen. Oder so. Kann gut sein. Mh. Das guck ich eigentlich gerade. Da. Diamanten. Vier Stück. Kein Glas. Ja genau. Ja genau. Da hauche ich. Ja genau. Zack. Habe ich noch einen Diamanten und ungenügend Miekeleid. Das ist vielleicht das erste. Das bedeutet ich kann jetzt wieder. Ein paar Stück machen. Super. Oh. Ich habe vergessen neuen Sand zu holen. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü